Ja und Hallöchen, da bekommst du rück zu Let's Adventure mit den... Uah, ne, nein, Lanz. Stimmt! Ah, lass mich. So, und da du letztes Mal ausgesucht hast, darf ich jetzt aussuchen. Hä, was? Ähm. Okay. Ey, das ist so süß. Das ist gemein. Ey, siehst du mir ja nicht. Ja gut, dann komm. Jaa. Ich seh dich nicht. Ich kann mich kurz re-loggen. Hui, hui. Hui, ganz runter scrollen und let's netz, yay. So, du hast die Arena-Branche gewählt. Hier ist, wie man sich jeden Level spielen kann, die ein anderes Angelegenheit. Die Totemana. Hast du auch eins? Nein, ich muss auch noch aufdrücken. Nein, nein, das ist ein Schwert. Okay. Ähm. Ja, wir sollten aber ein Team spielen, oder? Jaa. Das ist ne coole Arena. Ich kann das gar nicht mehr lesen, was die da unten drängen. Oh, Hilfe, Hilfe. Ah! Ah, wir bekommen die gelbe Wolle. Jaa. Aua! Brauchst du Hilfe? Nö, ich lauf jetzt weg. Ich brauche noch sechs töten, haben wir das geschafft. Ich lauf jetzt schreien im Kreis. Ah! Los, Mopsy! Ah! Ich will nicht! Ach so! Ah! Verstehe! Mal bei dich! 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 Ja, wir bekommen was! Ah! Wir bekommen aus! Das ist cool! Oh Gott! Kommst du? Ja, ich wurde grad von dem Silberfisch die Sange gesagt. Ah, okay. Ah, 25 Slimes. What the fuck! Das kann echt gefährlich werden. Aber die kleinen kann man doch ganz leicht töten. Dann kommt das ganz schnell zusammen. Äh, ja. Aber... Wenn die so groß sind, sind die böse nur. Ja, das ist kein Ding. Das war leicht. Noch. Denk dran, gleich spawnen noch mehr von den Viechern. Ähm. Holst du die leider nicht? Ich schütze dich. Aua! 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 Von wegen, du beschützt mich! Ja! Was rennst du da aus den Reihen? Das ist genau irgendwie in der... m... Terra-Hust. Was hat das mit Terra zu tun? Gar nichts. Hä 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 hä! Oh, kann ich nicht schlagen. Schade. Oh cool, das ist cool. Schade. Oh, ja. Die sind schlimmer. Au, 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 au. Die machen Schaden. Die machen Schaden. Die machen ein bisschen Dolch Schaden. Noch. Aaaaah, die sterben! Hm, wir könnten ja raten, was als nächstes kommt für den Muck. Hühner. Creeper. Woher willst du das wissen? Woher willst du das wissen? Woher willst du, dass Hühner kommen? Weil Hühner realistischer sind, weil die Schaden machen und weil's böse Hühner sind. Wo machen Hühner Schaden? Wenn man die ordentlich, äh, dafür ausbildet, machen die Schaden. So, weiter geht's. Ja, ich möchte mir erst mal meinen Weevard holen. Ah, Zombies. Oh, Zombies. Ich vermiss irgendwie so die Lebensanzeige über den Monstern. Äh, achso, du meinst, äh, bei Modpads und so. Terra. Na, Agras. Oh, Agras auch. Ne, ich mein ja nicht Terra. Achso, Terra, achso. Ne, du willst wissen, wie viele Leben die noch haben. Genau. Ein Zombie hat, äh, 20 Herzen. Ein Schwertschack macht 7 Schaden. Äh, 6 Schaden. Rechne aus. Na, es rechne. Du magst ja so Mathematik. Oh, guck mal, ein Slime ist ja gekommen. Oh, wie süß. Au. Ey. Mach mal. Du faule Stück. Mach mal. So schwer sind die Zombies nicht. Noch nicht. Kannst du auch schon mal die Leitern holen. Ja. Und noch ein Magmaschheim ist ja gekommen. Süß. Sechs Leitern mittlerweile. Ja, wird glaub ich immer mehr. Ja, wird's auch. So, Belohnung, uh, Kettenrüstung. Kettenrüstung. Ey. Haben wir die Teile abgenommen, oder was? Ja. Cool. So. Oh nein. Jetzt kommt das Sch... Zwei Schlimmste. Ja, eindeutig. Wir müssen die gegenseitig auch spielen. Ja, genau. Komm. Akko-Ping-Pong spielen. Ey. Das geht auch jetzt nicht. Nicht in Mine-Kraft. Doch, das geht hier. Wenn mal neue spawnen würden. Hallo? Hä? Ah, jetzt. Und wenn ich das schlage, hat's kein Akko auf mich. Ey, das geht nicht. Aber wir würden... Wir stoßen uns gegenseitig her. Würde gehen, ja. Ping-Pong. Los, wir spielen Ping-Pong. Oh. Hinter dir. Das war zu weit. Tut mir leid. Prinzessin. Komm mit. Ah. Ich hasse PvP. Hä, das ist doch kein PvP. Das ist doch PVN. Layer vs. Moves. Nein, bei mir nicht. Noch eins. Jetzt darf ich mal die Leitern rausholen. Ey. Mach hinne. Ich werd abgeschossen. Mach hinne. Mir doch egal. Au. Ähm. Ne, wie sehen wir leicht durch Löchern aus. Ein bisschen. Ein bisschen. Zeig mir den wahre Krieger. Woowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowow Echt? Ja. Ach, das Blocken funktioniert mittlerweile? Ja, funktioniert das. Ähm. Ich bin bei Halle 4. Ja, dann kommen wir zu Halle 6. Toll. Nein! Weißt du, was miese ist? Was denn? Ich nehm, äh, bin gleich tot. Schon wieder. Ja, falls du dich erinnerst, was hier stand. Kannst du doch regenerieren nochmal oben. Verdammt, die Leitern werden gelöscht. Habt ihr mit den Creepern schon durch? Nein, wir haben noch 8. Wir sind gestorben. So, du auch. Ja, machen. Hier, Agro-Ping-Pong. Wee! Wo? Ping-Pong. Äh, 3. Boom! Machen echt Schaden, die Viecher. Wee! 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 Oh, Mann! Zwei noch. Wee! Na komm, Creeper. Die Meep ist echt cool. Also, für die Umsetzung ist es echt geil gemacht. Einen noch. Verdammt. Na los, Mob. Wir spielen ein Team, du Arsch. Stierb! Verdammt. Arsch. Warum bin ich denn jetzt ein Arsch? Weil du mich sterben lassen wolltest. Oh, Witches! Achsen! Ey, dann musst du sofort drauf gehen. Bevor die eben ihre Gifttränke werfen. Na, Alter. Bei mir hört man wahrscheinlich jetzt heute so dermaßen das klicken. Das ist halt so. Ja, die töten dich. Instant Damage. Ja, das ist richtig scheiße. Am besten immer springen, dann machst du mehr Schaden. Willst du mich irgendwie trollen? Musst du nochmals den ganzen Weg zurückkehren? Ja. Das wird nie und nie mal was. Ich werde doch das nicht überlegen. Alter. Hier sind gefühlt 60 Millionen Zombies. Ja, und? Und nochmal so viele Skelette. Ja, und? Und nochmal so viele Creeper. Ja, und? Wir brauchen noch drei Witches. Seit wann können Creeper Leitern gehen? Kennt ich auch noch nicht. Ist aber tot, der Creeper. Ach, du warst auch tot, oder was? Ja. Na klar. In dem Fall OP, die Hexen. Mann, nimm die, nimm die Dinger. Nimm die Dinger schon mal. Lass ihn in der Ruhe, du Hexe. Oh, vergiftet, vergiftet. Komm, 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 gib Gas. Oh Gott, Alter, wie du die hingelegt hast. Weißt du, was das Gute ist? Es ist tageslicht, die greifen uns sich so an. Ja, wer kann aber schon Akko-Gereizspinn erzeugen, oder? Geht das? Keine Ahnung. Kannst du holen? Guck mal, die Akko auf mich stellen. Akko, ja, das ist voll ein MOPG. Nein, das ist es nicht. Hast die Leitern. Bloß weg. Es tut mir leid, es tut mir leid. Du Arsch. Ich will nur überleben. Ja, 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 ja. Hier, Spinn, fress das. Jetzt mal einen Diamanten-Schwert hinzuhaben. Ich will generell mal ein anderes Schwert haben. Ach, nee, 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 geht's. Ha, die vergiften ja nur. Ja, aber... Oder können die auch regulär beißen. Ja. Verdammt. Bloß schnell die Viecher weg. Hallo? Na gut, immerhin spawnen wir bei den Spinnen. Kann man hier jetzt gerade rumgeleckt oder so ein bisschen? Wir spawnen immerhin bei den Spinnen. Ja, super, dann helf mir! Ja! Rette mich! Rette die Junge! Als ob ich dich retten würde, ich rette nur mich selber! Wurden die Leute wieder resettet? Nein! Also, wir haben jetzt gerade wieder einen Checkpoint. Die kommen ja nach! Das ist ja nur ein Einbreiter-Durchgang. Lauf, Lori, lauf! Kannst du dich wiederbeleben? Ich bin kein Heiler, tut mir leid. Kannst du das jetzt mal lassen? Sei froh, dass kein PvP an ist. Ja, sei froh, dann wärst du tot gewesen. Wie viele Arenen gibt es? 15, was meinst du? Spider-Jockeys! Oder? Ja, komm, 15 Mobs gibt es eigentlich. Ja, der Vorteil ist, glaub ich, aber wenn man Spinnen auch tötet, ja, genau, wenn man Spinnen auch tötet, äh, bekommt man auf den Punkt. Ja klar, was denkst du dann? Ich will jetzt aber langsam mal einen Helm haben. Ich will langsam mal hier durch sein. Warum? Das ist cool, macht Spaß. Kann ich schon eine Viertelstunde aufnehmen. Ja, und? Ja, nix noch und, ich bin gleich tot. Ist mir egal, du hättest mich auch nicht gerettet. Doch. Ich hab dich jedes Mal gerettet. Ich drück' auf jetzt. Weil, ich bin gleich tot. Leg die Leitern, leg die Leitern, leg die Leitern. Ja, ich hab die Leitern gelegt. Too spät. Mir aber leid, Prinzessin. Halt die Klappe. Oh, 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 was sind die Brust? Schön. Giants kommen bestimmt auch noch. Boah, sobald man in der Range ist, äh, spawnen ja neue Viecher. Was sagen so schlimm? Spinnen. Gift. Spinnen. Oh ja, so schlimm. Oh, ha. Kann sich heilen da links. Komm. Ja. Halt. Wolltest du witzig sein? Ja. Ah, okay. Ist hier nicht gelungen. Ne Diamond Chestplate. WTF, was kommt jetzt? Diamond Schwert. Äh. Was kommt jetzt denn? Das kann ja nur heftig enden. Hm. Blazes. Hm. Ernsthaft? Ja, wir haben keinen Bogen. Was soll der Scheiß denn? Okay, man kriegt so mit zwei Hits down, wenn man gut schießt. Ah, links ist Wasser. Das hab ich gesehen. Ja. 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 Er geht eigentlich. Ich bin gleich tot. Was brennst du halt so lang? Ich regenerier jetzt erstmal. Was brennst du so lang? Hau ab hier, das ist mein Versteck. Ich will sterben. Geh weg hier. Nein, verdammt. Haben sie sogar gemacht. Ah gut, man spawnt wenigstens hier. In den Kreis, in den Kreis, in den Kreis, in den Kreis, in den Kreis. In den Kreis, in den Kreis, in den Kreis, in den Kreis. Schließe den Kreis. Warte, warte. Du musst den Kreis schließen. So, und jetzt schreibt mal in den Kommentaren, wer weiß, was ich damit meine. Hahaha. Ah, wo ist Beilig? Ist ein Insider. Verstehst du auch nicht? Nee, verstehe ich nicht. Ist mir auch egal. Ich will nur raus hier. Beilig. Zieh! Zieh die Leitern! Ist sehr schön, Leitern muss ich sagen. Au, au, au. Nein! Ach, komm, das ist doch jetzt nicht fair. Du tust mir überhaupt nicht leid. Nee, gar nicht. Ich bin witzig. Ich bin witzig. Nein. Geh sterben. Oh, ey, was kommt jetzt? Zombie-Pigments. Ja, wir haben... Zombie-Pigments. Und die Viecher. Weser-Skelete müssten noch kommen und, äh, Zombie-Pigments. Äh, bevor... Greif die sofort an. Schade, da kann man aber Akku spielen. Da kann man Akku-Ping-Pong spielen. Das geht bei denen. Machen echt viel Schaden. Ja, wenn du wegläufst immer... Wie war das noch nicht weglaufen? Ah! Na, Kampf kann man das nur. Nehm du die mal wieder, ich bin gleich tot. Bin auch gleich tot, ich muss einen nehmen. Ich hab gar keins. Oh nein. Yay! Also pass auf, man wird direkt gut begrüßt. Irgendwann hätte ich die Leiter besser setzen sollen. Ja, irgendwie schon. Scheiß drauf. Ah, Hilfe! Zwei Stück noch. Einer noch. Schade, viel Punkt. Ich stehe nicht an, ich stehe nicht an. Und... So. Und... Ich bin der böse... Also ich sag, es gibt wieder 15 Level. Glaub ich auch. Sagen nix. Oh, die Aschur. Naja, aber die haben wir schon die meiste auszusetzen. Was soll denn da jetzt noch besser kommen? Das ist die Frage. Nein! Weserskelette, ne? Endermin! Oh, die sind nämlich BH. Ach, siehs. Okay, dann kommen die Weserskelette, glaub ich, nach den Dingern. Mehr gibt's doch gar nicht. Also nach Endermin... Oh, die haben wir noch auf den Boden gucken. Ich weiß. Ich mach auch komisch schaden, halt. Irgendwie ist das lächerlich. Der Kampfraum. Das geht. Nena, noch ein Raum, oder... Was anderes? Kannst du überlegen. Mir ist es egal. Ich wollte eigentlich jetzt ein bisschen länger mehr aufnehmen. Dann können wir nämlich das gleich auch hochladen. Klar. Wir müssen wir nicht so oft das machen. Also theoretisch haben wir jetzt ja zwei Folgen. Vor allem... Hauptsache, wir besprechen das in Aufnahmen. Naja, gut, da mir nichts Besseres zu erzählen gerade. Ja, das ist das Problem. Theoretisch kommt Donnerstag ne Folge. Und Samstag ne Folge. Ja, gut, aber dann können wir dann auch die Tage noch einmal aufnehmen, oder? Ja, hast recht. Eigentlich schon. Und den da. Weil wir morgen auch noch Akras ein bisschen mehr aufnehmen wollen. Hast recht. Na, dann lass. Weil dann ist die Festplatte recht schnell voll, weil... ich hab ja keine Ahnung, wie schnell du rennen darfst. aber... oder wie viel Platz du hast. Also ich renne dann gleich hier noch gleich den nächsten... also den zweiten, dritten Part ja. Was? Ja, was? Nix. So. Die Generation, jetzt müssen wir so ein Skeletor kommen. Und hier ist ein Enderman. Oh, ich hatte doch recht mit dem Helm. Cool. Angry Enderman, wollen wir wetten? Gar nicht. Ne, Weather Skeletor. Der hat sich nur durch-teleportiert. Und irgendwie Skeletten sind auf dem anderen Mod-Pack. Oh. Ähm. Das ist jetzt auch nicht wirklich schwer. Ja, schwer. So, mach Pott. Ne, einen brauch'n wir noch. Hey, Alter, ich... Hä? Achso, wir müssen da durchlaufen. Hey, so, ich muss hoffen. Achso. Hey. Das war... Wirst du reinpacken? Mach du, ich seh dich wieder nicht. Dann so. Eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Das war wirklich cool. Jo, dann machst du mal diesmal diese wunderbare... Tschüss. Ja, gut. Dann hoffen wir, euch hat's gefallen. Also, mir hat's auf jeden Fall... Spaß gemacht. Ja gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.